so willkommen bei malida und zwar folge 3 von pal world mit stone hi hi und wir können jetzt hier was ganz seltenes beobachten stone arbeitet er arbeitet tatsächlich voller elan macht er spritzer hier rum du glaubst das wäre ja du als niederländer ich frage mich was du da anbaus gerade aber stopper ich habe gehört also macht baut ab wie kann ich denn jetzt wieder cooler typ dieser person sind bunter angsthase irgendwie kann man sich die menü öffnen vier vielleicht füttern details ansehen ah guck mal holz fällen aussaat du kannst mit wenn du auf einen perl guckst und vier drückt dann kannst du den angucken und auch namen geben hier ist überall wolle wir können auch stoff herstellen theoretisch müssten auch gott ist alles ist doch okay und dann lassen wir die die perls arbeiten er ist nicht zufrieden wer ist nicht zufrieden er der hier ne pass auf für mich ist das ganz klar wie kann ich nicht angucken reparatur set ein perl schläft ach jetzt kann ich den nicht angucken oder was naja ok wenn er schläft kann ich mir anschauen wir nicht die details angucken und er stellt das jetzt her sind die box also ich muss auch noch mal bei technologie gucken start das brauchen war holz als das barmöbel set stand fackel ok da ist da ist das werde ich machen also was ich mache unbedingt ich glaube du sagst hier der hier katie war der ist immer immer unzufrieden wo ist er hin wo geht er jetzt hin jetzt ist er hungrig der doch immer nur probleme details ansehen pass auf ändern das kommt mir so vor als wenn das pommes ist so zack der heißt jetzt pommes pommes ist am ackern aktuelle anweisung eindringende zurückschlagen ändern das ist die frage weil du kannst hier damals attackieren und die arbeiter einfach weiter ok jedes mal wenn wir zufällig eine noch für drei sprachen oder so es wird über das kannte ich habe ein paar fackeln gemacht damit das bisschen heller ist abends wir sollten vielleicht pennen gehen und dann mal auf bisschen erkundung gehen der ist hier der ist immer zufrieden hier dieser perl warte mal hier so ich kann den einwerfen also zack der hilft mir dann beim kampf hier so die trinkstrahl komm her komm mal du kannst den streicheln nice emotes kann man nur perls namen geben die warte mal tun wir pommes mal kurz raus die ist eh nur am meckern tun wir den mal da rein so ich will dass du so ändern den nehme ich mit zum kampf das ist hemi so das hat das hemi so wo ist hemi kommt mit zum kampf pommes kommt raus obwohl wir machen wir anders warte mal zack den dahin den auch dahin den machen wir anders stopp nein so stopp das ist hemi so das ist mamba dann kann man die auch besser unterscheiden weißt du dann tue ich jetzt mal mamba hemi mit in die angriffs collection alles klar sollen wir pennen gehen ja so dann macht dann machen wir den mental ja dann gehen wir mal auf auf erkundung ja ich glaube ich muss auch was essen ja ich habe auch noch zwei um jetzt wie flachst du noch auf halde ab jetzt nichts mehr bei mir dann nimm du das nimm du das okay die haben auch genug essen glaube ich da können wir weiter arbeiten der kann noch handwerken warum der soll weiter produzieren ja die pommes ey das geht ja guck mal die ist schon wieder unzufrieden oder nicht oh man oh man die sind gute konditioner stopp mal stopp mal hast du schon gleiter freigeschaltet äh ja aber noch nicht gekauft warte ich helfe ihm mit ja 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 7 10 10 10 10 9 10 10 obwohl ja der hat aber kein dings muss beinahe was kann er dann das klingt so also er kann pflanzen er kann pflanzen ja wo will der hin was das denn es ist das große hier Level 38 schaffen wir das 38 hat eine feinere Wolle als Lampe und eignet sich auch sonst besser als Nutz wie historisch gesehen wurde es auch für die gewöhnlich als Haustier gehalten wenn das so ein wasser ding ist kann er vielleicht auch den garten bewässern das wäre natürlich sehr nice oh 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 wer attackiert mir warte ich komm eh warte ich sag mal kurz die Behrung auf hier die Banglet attackiert mir ja weil du sein Kollege vielleicht war das seine Frau ja ich will auch noch einen von den fangen was macht er ich wollte sagen ist das auch auf dich das war ganz jetzt meins ich glaube da kommt nicht der typ da habe ich gefangen habe ich gefangen der greift mich doch jetzt nicht an ne ne ist das normales erz ja ne obwohl er so sieht so rot aus der ist normales erz glaube ich die sind noch ein paar von die kumos warte warte ich kriege wirklich nur erz davon ok brauche ich nicht wo bist du denn unlock fast travel ach so ach man bekommt ein Punkt das hat mir dann ganz oben auch machen muss ja klick mal das an mit der wir haben wir doch oben gemacht oder nicht ne ich nicht ja da muss er oben nochmal reden aber ich meine wir müssen immer einige von den Fangen mit dem Bonus bekommen immer so den gleichen Fangen da hinten sind noch andere guck mal da hinten wie viele hast du jetzt von denen gefangen? zwei oder drei? zwei oh hier ist ne Kiste noise Pals wäre drei Stück das ist ein Veteran davor das ist ein Isländer was bist du denn? warte hier ist noch einer was ist das? hier ist noch eine Notiz hier ist noch eine Notiz bleib stehen bleib stehen ach scheiße die brauchen was zum ja warte 83 ja ne jetzt da ist noch so komm jetzt ja jetzt habe ich ihn oder? jawohl ok hab einen so was willst du? hey dich sehe ich hier zum ersten Mal du bist wohl von außerhalb na ich habe damit kein Problem aber wenn du schon hier gelandet bist solltest du ein paar Perls fangen für die ersten zehn gefangenen Perls einer Spezies bekommst du sogar mehr EP je mehr Perls ein Trainer fängt desto besser wird er hier das kannst du haben hau rein was gibt denn mehr? ach Palladium Bruchstücke musst du den auch noch anquatschen oder? nein nein habe ich schon gemacht hier build an egg incubator to incubate powerapps ach ausbrüten ja hau das ist nichts hier ne ok hast du dir auch so einen Feuerfuchs da geholt? ja ja nice ey stone hier ist ein Telefant ja kein Aushar nein da geht mein Scherr what? ja hast du einen Speer geworfen? kann aus einem Organ von dem angenommen wird dass es seine Nase sei große Menge an Wasser sprudeln lassen Die Frage, ob es nicht doch einfach nur Rotz ist, ist gegen Stand hitziger Diskussion. Wie legt eine Pärsfee herum? Ey, das muss gut geilen. Nice. Wir sollten hier lieber unser Lager aufschlagen. Ja. Was geht das eigentlich von hier aus? Alter, ich mach mal was haben. Was bräuchte ich? Holz, Stein. Weil ich finde, das hier ist viel größer, ne, und der Platz, den man hier hat. Okay, wir müssen aber Holz und Stein sammeln. Da ist Holz und da ist Stein, glaube ich. Hey, what the? Ne, wir mussten erst runter klatschen. Ja, die Wacken. Ich kriege runter. Weißt du, bevor wir uns da mit dem Lager da am Anfang so viel bauen, sollten wir das vielleicht lieber direkt woanders machen. Hier ein Workbench machen und dann... Ne, theoretisch brauchen wir nur eine Palbox hier hinstellen, oder? Ich weiß allerdings nicht, ob wir es schon können. Warte so. Es können keine weiteren Lager gebaut werden. Bitte erhöhe die Lagerstufe deiner Gilde oder bauen ein existierendes Lager wieder ab. Unsere Gilde? Gilde. Stone-Dingsbums, inbenannte Gilde, übrigens, Gildennamen ändern. Das geht gar nicht. Musst du keinen Namen aufgeben, der Efter? Ne, die Gilde existiert schon ohne Namen. Erstmal, bis wir was anderes haben, heißt es einfach die Gilde. Okay. Jetzt können wir eigentlich von hier aus schnell reisen, oder müssen wir erst an einen Schnellreisepunkt? Wir müssen an einen Schnellreisepunkt. Warte mal, da vorne ist noch Turm. Jetzt sind die Karten eingegangen. Das ist ja auch ein Schnellreiseding. Warte mal, lass uns nochmal hier nach oben gehen. Wir können auf jeden Fall noch kein Lager. Die Workbench können wir erst mal stehen lassen. Ach, guck mal, jetzt zeige ich dir an, was der kann, ne? Ja. Oder hier, hier ist auch Platz, ne? Aber unten war mehr Platz. Ja, hier ist ein Schnellreisepunkt. So, ach, F, Schnellreise, dann können wir jetzt nach Hause reisen, ne? Ist dies? Hier haben wir auch Rest. Oh, das geht tatsächlich schnell. Nice. Oh, 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 hier ist alles voll. Baustatue der Kraft. Dann können wir das Lager verbessern. Warte mal. Der kann bewässern auch. Warte mal. Jetzt bin ich... Oh, Gott. Oh, Gott. Erstmal kurz die Sachen wegbringen. Geht das eigentlich irgendwie nicht schneller? Alles einmal schnell auffüllen. Das ist ein Pal-Workbench, da. Ah, ich habe auch... Eine Feuerdrüse habe ich auch gefunden. Schnell auffüllen eher. Geht nicht. Pal-Saft. Eisdrüse. Stoff. Okay. Sicherheitseinstellung. Verriegelung aktiviert. Passwort. Ey, du kannst den Kissen sogar ein Passwort geben. Kann ich machen, damit du nicht immer was klaust. Irgendwelche Rohstoffe für deinen Hanfanbau da. Was baust du denn da? Ein Pal-Gear-Workbench. Keine Ahnung was, aber hört sich gut an. Wir müssen einen Incubator noch bauen. Das war alles. Für das Ei meinst du? Ja. Ist das kein echtes Heerbau? Oh. Was macht er denn jetzt schon wieder hier, der Typ? Stopp. Komm jetzt mit. Muss man... Beeren-Garten-Aussaat. Wer macht das denn jetzt, ey? Hier, komm, hau ab jetzt. Leute, wir brauchen irgendwie eine perfekte Mischung von Perls. Okay, hier kann keiner Aussaat machen. Von denen kann auch keiner Aussaat machen. Der kann nur Feuer anmachen. Der kann nur bewässern. Leveln die überhaupt die Leute, die hier draußen sind im Lager oder leveln die nur, wenn die mitkommen im Kampf? Ich denke, dass die im Lager leveln, aber die, sorry, in der, base it in der Box nicht, die bleiben. Okay. So, der kann Wasser... Ey, der eine, dieser Tefant, der kann nur Wasser machen. Da brauchst du mal am besten diesen Pengulé. Der kann Wasser machen, transportieren und so weiter. Ja. Ja. Ich mach' einmal die Aussaat. Was ist denn jetzt gefangen? Aber ich verstehe nicht, warum ich... Die weiden alle. So, mal gucken, ob der jetzt Wasser wässern kommt. Jo, jetzt kommt der und macht selber Wasser hin. Nice. Äh, der, äh, Plotter? Ja, guck mal, jetzt macht er den Job, den du gerade so hart gemacht hast, macht er jetzt. Ganz easy. Siehste? Aufgabe outgesourced. Ich brauch' dich nicht mehr. Das ist es. Ein Ei? Ja. Mal halten. Das Spiegelei ist eine Mache. Ach, der geht von alleine auch, automatisch ein bisschen. Das Spiegelei, alles klar. So, ich muss auch nochmal gucken. Ich muss meine Basiswerte nochmal erhöhen. Arbeitstempo, Angriff vielleicht. Oh Gott. Aus da. Ja, komm, machen wir mal Angriff. So, das, das, das. Technologien. Statue der Kraft wollen die doch haben, ne? So. Wo sollen wir die hinstellen, die Statue der Kraft? Machen wir mal hier. Oh, ich brenne, ich brenne. Oh, was? Ja, ich stunde wohl im Feuer. Oh, scheiß. Oh, das ist ja von L. Was können wir jetzt hier machen? Eigene Fertigkeiten verbessern. Pals verstärken. Ah, du kannst die Pals jetzt hier irgendwie verstärken, glaube ich. Ungeschickt, Cobian. Okay, und eigene Fähigkeiten. Fanggeschick erhöhen. Ja. Du kannst auch einmal machen. Wir haben noch so eine Statue. Okay, Lagerstufe auch wieder einverbessert. Der macht nur Feuer, das brauchen wir nicht. Oder macht der dann, kann der dann kochen. Warte mal. Hast du eine Aufgabe? Nein. Er zeugt Feuer. Er macht die Fackeln an. Warte mal. Doch, er kocht. Er geht kochen. Okay, wir brauchen jetzt auch noch ein Bett, langsam, ne? Ja. Ich verstehe aber immer noch nicht, wo ich dachte, wer könnte die Inkubator machen? Der muss so ein bisschen das freischalten. Nee, ich sehe es nicht in der Liste. Warte. Das muss was sein, was... Gehst du ein Stückchen? Äh, sorry. Jupp. So, warte, schau mal. Steinbruch. Ach, da machen die Stein. Ein Holzfällerlager. Paral-Ausrüstungswerkbank. Unbekannter Gegenstand. Okay. Vielleicht müssten wir auch erst irgendeinen Perl fangen. Weil manche sind, das kann man ja nicht erkennen. Hm. Da müssten wir erst irgendeinen Perl fangen. Oh, Mann, ey. Oh, ey. Guck noch mal. Einmal. Arktische. Fressen, wie... Oh, das macht er. man muss die lambels gar nicht mehr anpassen was meinst du mir du meinst du bist du kannst einfach die sphäre was du meinst du bist soll ich helfen oder was stimmt also ich verstehe schilder sind glaube ich die halten uns einfach du musst dafür glaube ich nichts drücken sondern die bildung so eine art schild um dich alles klar reparatur set könnte man bauen läuft ein perl durch wieder festgesetzt nur für kleine person menschen feuerbogen feuerfall du kannst diesen fox diesen feuerfox als flammenwerfer einsetzen wenn du dieses fox park geschirr freischallt es ist aber jetzt schon kommt Feuerschein mäßig ein Attacke und das macht er ja der nimmt gar keinen Schaden nur ist ein bisschen Schinken ich mag das hier sowieso noch erz wahnsinn wie viele materiale man ja theoretisch kommen wir jetzt zu hause aber wir haben noch kein perl der holz fällt glaube ich was mit ihm passiert die firefox hat doch holz ne ich meine er kann nur feuer machen der kann jetzt nicht wenn du dir anguckst der hat bei diesen symbolen rechts hat er nicht diese holzscheite weißt du deswegen braucht man eigentlich sie braucht man eigentlich noch kein holzfällerlager machen stein im bruch den könnte man machen nur ich frage mich was was wir brauchen um ein zweites lager bauen zu können ja ja wir müssen ja klar wir müssen die box hochleveln und irgendwann kommen zweites lager machen ja ok man schwimmt hier ein bisschen man kann auch durchs wasser schwimmen kein problem alle am pen das ist aber irgendwie süß ne alle am pen du kannst auf jeden fall kiste öffnen dann erdrücken dann füllt er alles auf hm er musste die kiste noch äh nur was ich doof finde die hauen das nicht zu den anderen sachen warte mal weil dann ist alles hier du willst auch ne kiste bauen mhm warte mal was ist da drin ok nee so ok ja also die pels schmeißen da alles mögliche rein ne so ist es nicht gibt es eigentlich auch ne wandfackel oder so ne gibt es nix verteidigung gibt es hinterher auch der kochen oder ist die hier die mounted dort oder kann man die nur ne die kannst du auch drin aufstellen so ist es nicht aber hier drin ist ja erstmal licht na warte mal die kann auch items also kannst du menschen tisch bauen schlingfalle foxparks klima foxpark geschirr dafür bräuchte man noch eine feuerdrüse und dann kannst du ihn wohl als flammenwerfer benutzen ist geil achso ich wollte mir erstmal was anderes herstellen ja muss doch ganz bisschen klein und bisschen holz hoch gerade k ich mache das doch sein Oder? Das ist doch der Baseballschläger. Nee, Holzkeule. Wo ist denn jetzt der Baseballschläger? Hast du was? Du hast was erstellt, Geil? Ah, ich hab noch nicht abgeholt. Stimmt. So, jetzt hab ich den Baseballschläger. Ist der denn jetzt? Oh, nee, stopp. So, den können wir jetzt entsorgen, ne? So, ist der. Jetzt hab ich erst mal einen Basie. Jetzt glücklich hier rum. Ja, das geht. Ja, das muss ich mal sehen, wie das aussieht. Warte. Das ist so ein Rieschen-Machine. Das muss ich doch, wenn wir die Base da wechseln. Neubau, vermutlich. Ich helf mal. Wofür ist die gut? Da kann man Holz und Stein reinschmeißen. Okay. Und was kommt raus? Was da rauskommt? Keine Ahnung. Sonst wäre es ja nur ein großer Mülleimer für Holz und Stein. Oh, ich verliere Leben wegen Nahrung. Oh, mein Gott. Hast du nichts im Magen? Du stirbst super schnell. Das ist gut zu wissen. Oh Gott, mein Leben ging nur so runter. Okay, die sind jetzt alle wieder an der Arbeit. Und du willst, hier kannst du Palladiumbruchstücke rausholen. Okay. Das ist natürlich nice. Aber man braucht so viele für die Spaces. Ja gut, wir haben schon wieder kein Holz. Ja gut, okay. Dann beenden wir mal diese Folge. Boah, mein Bildschirm ist immer noch rot. Ich kann jetzt bestimmt auch keine Standfackel machen. Selbst dafür haben wir kein Holz mehr. Aber ich habe den Basel. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, beim Like, Abo und Kommentar würde ich mich freuen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Pallworld. Ciao, ciao. Es fehlt die Luftgitarre, Storm. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal.